Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Treppenlifte. Das High-End-Produkt in unserem Treppenlift-Test geht an den DBT-BWD Treppenlift. Dieser elektrische Treppenstuhl dient hauptsächlich dazu, Patienten in Hochhäusern Treppen hoch und runter zu bringen. Es braucht nur eine Person, um zu bedienen. Die einzigartige Gleisstruktur ist bequem und sicher, wenn die Trage die Treppe hinunter geht. Doppelte Verwendung als Elektrorollstuhl oder Notfalltrage. Dieser Treppenlift ist leicht, nicht kaputt und spart viel Arbeit. Dieses faltbare Design dieser Treppenlifte für Senioren ist platzsparend für Kofferraum und Aufbewahrung. Aluminiumlegierung, Kletterfähigkeit 50 Stockwerke, eine Ladung, Ladekapazität 356 Pfund. Verbesserter Sicherheitsgurt zur Gewährleistung von Sicherheit und Fallschutz. Unterstützung maximal 160 Kilogramm Last. Vordere 360 Grad Rolle und Hinterräder zum Bewegen und Anhalten an jedem Ort. Dehnbare vordere Schienen, Fußstütze, Kopfstütze, klappbare Schubstangen, Armlehne und so weiter. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der In-Middle Treppenlift. Die mit 10 Rädern ausgestattete Sackkarre befreit sie von den Schwierigkeiten, die das Treppensteigen mit sich bringt, wenn sie schwere Gegenstände nach Hause bringen müssen. Der Treppensteigwagen verfügt über einen in drei Positionen verstellbaren Teleskopgriff, mit dem Sie die Höhe des Griffes nach Ihren eigenen Bedürfnissen einstellen können. Die Plattform ist groß genug, um Ihr alltägliches Gepäck und die Einkaufstaschen aufnehmen zu können. Kommt mit wasserdichter Einkaufsbox und elastischem Seil, können die Waren straff befestigt werden, für zusätzliche Sicherheit und gleichzeitig ein Umkippen vermeiden. Der Treppensteigkarren ist nicht nur faltbar, sondern ist auch kompakt, wenn er flach zusammengeklappt wird und spart so Platz im Kofferraum, zu Hause oder im Lager. Der aus einer verdickten Aluminiumlegierung gefertigte Wagen zeichnet sich durch seine hervorragende Belastbarkeit und Haltbarkeit aus. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Treppenlift-Test ist der Julio Treppenlift. Ideal für Transportaufgaben auf Treppen, Bordsteinkanten und Hindernissen wie das Tragen von Getränkekisten, Kisten, Kleinmöbeln, Blumentöpfen, auch ideal zum Einkaufen, Camping und für die Gartenarbeit. Radaufhängungen, Rahmen, Teleskopgriff und Ladefläche sind aus robustem Aluminium gefertigt. Die Ladefläche ist bis 60 Kilogramm belastbar und hat eine Nietenoberfläche, um die Last festzuhalten und Versetzungen während der Bewegung zu verhindern. Die Räder und Radsterne sind vollständig kugelgelagert und damit besonders leichtgängig und langlebig. Die grauen Softlaufflächen der Räder rollen leise ab und hinterlassen keine Abriebspuren. Die Handkarre kann in Sekundenschnelle auf- und zugeklappt werden. Der Teleskopgriff verfügt über eine Schnellverstellung und die Räder klappen automatisch zusammen mit der Ladefläche ein und aus. Die Transportwagen ist auf Kofferraum oder der Abstellkammer verstaubar. Die Treppensackkarre wiegt nur 4 Kilogramm und ist leicht zu tragen. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.